Ey, ich würde sagen wir holen euch gleich eine... Junge! Geh mal weg! Ey, wie wollen wir weg? Das Viech ist ein bisschen sauer öfters. Hä? Was Viech? Ich fühl mich wie bei der Bushaltestelle, Bikini Bottom da, Rock Bottom, Alter. Oh mein Gott! Ich brauche ein Ticket nach Bremerhaven. Keine Ahnung, geh nicht mal weg von dem... Woah, mein fucking Gott! Wenn du willst, schmutzig zu gehen, klick in die nächste... Kennt ihr das schmutzige Video, was im Titel Pinky Promise hat? Das ist das meistgeguckte, schmutzige Video. Oh mein Gott, warum muss ich jetzt ein Clip hitten, Jungs? Oder sollte ich ein paar Kills machen? Hä? Ja... Das ist ein Hardstyle Festival, aber wir fangen grad... Was hast du gesagt? Ja, Garn, 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 was hast du nochmal eben gesagt? Was ist das? Was ist das für ein... Hardstyle Festival. Okay, okay. Ein Hardstyle Festival. Ja, aber überleg mal. Das ist ein Hardstyle Festival. Das ist ein Hardstyle Festival. Das ist ne Handführerik. Das ist ne Hand. Ja, aber was für ein Festival ist das? Was ist das nochmal für ein Festival? Was Festival? Digga, welches Festival? Sag schnell! Halt Digga! Halt Digga! Halt Digga! Halt Digga! Ey, aber was? Was machen die hier? Kann man Taschenlappen? AAAAAAH! Was ist das? Was ist das? Leute, was kann man während des Sexes und während man Fortnite spielt sagt? Er pumpt in mich rein. Ich komm auf ihn. Er ist auf mir. Boxt! Boxt ist gut! Er hat High... Hahahaha! Er hat High Ground! Digga! Der war gut! Jawoll! Ich denk mir die ganze Zeit, warum ist mir so kalt? Ich hab unten an meinen Socken hab ich so Löcher. Digga! Was ist das? Was ist das für ne bodenlose Socke? Und ich frag mich, warum mir hier so kalt ist. Mann! Ja, das ist das Ding, was die da hinten steht. Ja, pass auf jetzt, was ich bekommen hab. Biba mit Auspuff fährt über Holzbrücken. Noll! Wirklich? Ich… Wirklich? Das Ding. Das Ding. Das geht nicht. Er sagt, wer ist das! Ahaha! In the Smoke! In the Smoke! Hello! Oh mein Gott! Ich muss mich gerade konzentrieren. Oh mein Gott! Was verstehst du? Wie, das ist so schlecht? Hä? Ich bin für die Spaghetti Frau mit dem Nudelsieb Das ist so ein FTP-Monster, Junge Du bist so stark, Junge Den Nudelsieb Ja, geiles Timing, CT No, Banana Digga, wo war der? Nein Wie bist du hin, Junge? Hier unten ist so eine Leiter und so eine Tür Unten? Ich hab mal gesagt, dass das Game scheiße ist Das ist geil, hä? Das kann aus Ich glaub wir sollen rausgehen Was ist das? Ein Peach Nein! Oh Mann So einen Clan kriegen Die Mazaki Ey, meine RealLife Freunde Meine RealLife Freunde Wussten nie, was ein Clan Tag ist Ihr wisst ja, was ein Clan Tag ist, ne? Und die dachten, man schreibt das immer so Und Einmal haben wir in der Disco Mit einer getanzt Und an dem Abend haben alle von uns mit der getanzt Und dann hat einer von uns gesagt Das ist die Clan-Tech-Ho Und dann Digga, diese Dieses Clan-Tech-Ho ist bei mir Seitdem so im Gedächtnis geblieben Clan-Tech-Ho, Digga Ich komm mal auf so ne Scheiße Die Clan-Tech-Ho Das hat Clan-Tech-Ho zu tun Wisst ihr, was ich meine? Das ist so dumm Jugend von Jugend von 2024 Landet das jetzt hier? Ich hab Eier Ich glaub er ist tot Ich glaub er ist tot Er hat Eier, er hat Eier Marvin Oh man, ich hab ihn sogar gesackt, aber ich hab ihn nicht getroffen User joined your channel Kick Selection Whisky-Bare-Q-Soße Saftiges deutsches Rindflug User left your channel Das ist tot User joined your channel User was moved out of your channel Oh das beschenkt von Refas Was? Was ist das? Gleichhaltiges Ja Ich weiß nicht mal was ich bekomm hab Hä? Einfach nichts Hey danke für nix Ok jetzt bin ich gespannt What the fuck Das kam nicht an Das ist Was sah eine Sonne rein? Das sah gar so bad aus eigentlich Was sah eine Sonne rein? Batman beim Crime fischen mir an dem Markt Mit einem Tackle Mit einem Tackle Oh das ist der Oh das ist der Titt Die Guss Das ist der Titt Die Guss Das ist der Titt Das ist der Titt Das ist der Titt Die Guss Jungen, let's go! Holy shit! Dicke! Eine Flash, noch eine Flash, noch eine Flash! Holy shit! Kevin abgehoben seit zwei Starts. Bink, 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 bink! Ding, 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 ding! Ich hab den rightesten Right-Swing gemacht. Fahne ruhig machen. Oh, voll. Junge, die Lippe wieder. Betagriffin hat Hand im Mund und Batman ist ein Taco. Ist ein Taco. Ist ein Taco. Raffi aus One Piece lernt Mathe in der Junke. Ich wusste nicht mal, wie Raffi aussieht. Oh mein Gott. Das ist doch kein Mathe. Das steht 1 plus 1. Was? Was? In welcher Welt steht 1 plus 1? Digga Marvin, ich schwöre dir, ne? Marvin, da steht 1 plus 1. Wo? Er sagt, da steht 1 plus 1. Ich schwöre bei allem, was wir... Ach, auf dem Zettel steht 1. Auf dem Zettel steht 1 plus 1. Digga, ich dachte, er meint an der Tafel. Ich dachte, er meint an der Tafel. Da waren aber keine Viecher drin. Der Tafel ist ein Tafel. Der Tafel ist ein Tafel. Der Tafel ist tot. Okay, hier alles, der Tafel ist tot. Das ist ein Tafel. Bis zum nächsten Mal.